Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Alter, du bist unsichtbar, das ist total unfair! Hahaha, geil! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge KRONE und wir haben uns gerade gefragt, was macht Dolm eigentlich so in Australien? Studierst du den ganzen Tag, ja? Ein emsiges Bühnchen ist der. Emsig, fleißig. Bier, 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 Bier. Also wir haben das Gefühl, und die Zuschauer wahrscheinlich auch, du kaufst nur den ganzen Tag Wasser ein. Und sonst nichts. Nö. Nur immer vor unseren Aufnahmen. Immer nur vor unseren Aufnahmen. Nehmen wir mal. So, let's make some gravel wake. Nice. Wow. Wow. Da kommt jetzt hier. Nein! Das ist der Grund, warum ich ständig in die Tür rein crashe. Das ist super, das ist ein automatischer Türschließer. Naja, weil ich die Tür klicke und... Du musst einfach nur durchlaufen. Oh, jetzt verstehe ich das Problem. Okay. Komm, setz dich wieder hin. Ich könnte mal... Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Alter, du bist unsichtbar, das ist total unfair! Geil! Okay, ich setze ihn wieder hin, ich setze ihn wieder hin. Ich setze ihn wieder hin. Das war wirklich geil! Andi, ich setze ihn wieder hin, versprochen. Wenn du... Hör auf, Andi. Achso, ich hatte hellgrüne Wolle gemacht für das Muster. Soll das Muster... Das beginnt dann auch auf dem Boden, ne? Wenn es da ist. Brudergeist! Hallo? Ja. Ist er auf dem Boden? Der Peak ist 3 hoch, ja? Und dann immer einen Abstand, oder was? Mhm. Ich find's gar nicht cool, wenn YouTube... Werbung irgendwie von Horrorfilmen ist, und die mir dann irgendwie mitten in der Nacht gezeigt wird. Weil der da ist! Andi, komm mal her! Äh, die Wohnung, die Werbung. Andi, komm mal her, du, das ist ein Job für dich. Ich kümmere mich um mehr Kuchen. Find die halt echt nicht geil. Ich find... Ich find auch... Ich find diesen neuen Film mit dieser Schlinge da total billig. Andi, ich bin doch hier! Ich bin doch neben dir! Das ist ja filmlich gesehen. Wie soll er denn... Willst du wissen, dass er billig ist? Es sieht billig aus. Take a dog. Und kümmere dich um... Ich hab auch noch nie einen Paranormal-Activity-Film gesehen. Paranormale Aktivität gemeldet. Bekämpfung eingeleitet. Ähm, soll ich dir was verraten, Däumen? Ich hab schon wieder vergessen, wie man ähm... Wie man Kuchen macht. Also doch, 3 Milch weiß ich noch. Und dann 1 Ei oder 2 Ei? 1 Ei oder 2 Ei? Ich glaub 2 Ei. Okay. Lichtig steht. Seht ihr, wenn das? Lichtig steht. Lichtig steht. Lichtig steht. Lichtig steht. Lichtig steht. Ja, dann Govold. Du. 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 Ich bin nicht blöd? Wenn der Freund anfängt zu lernen, das geht nicht. Das ist einfach zu stressig. Das geht nicht. Hey, Moment, wenn du um 16 Uhr... Nee, das ist jetzt überhaupt nicht. Nein, es geht darum, wenn ich erst um, weiß ich nicht, wann die überhaupt auftreten, da wegkomme. Und keine Ahnung. Wenn sie auftreten, willst du wegkommen. Ja, wenn die erst um 2 Uhr spielen... Dann willst du um 2 Uhr weggehen. Nee, dann gehst du um 4 Uhr weg. Nein, dann gehst du um 4 Uhr oder 6 Uhr erst weg. So, did somebody see some milk? Milk? Get some milk over here, quick! Ich habe da noch mal Kühl gesehen. Pian is looking for milk. Du übrigens, unsere Farm, wie sie hier, die ist total bescheuert, ich reiß die jetzt ab. Sie hat tatsächlich noch quasi nichts gebracht. Wobei, ich lasse sie für zukünftige Versionen stehen. Ich bugge. Die wird nicht mitgenommen, du Homie. Nicht? Aber sie ist das Zaun. Die Kühl sind gerade gespawnt. Es ist Zaun, die wird mitgenommen. Nein, dann reiß sie ab. Und take them with me. Es stimmt übrigens wirklich mit dem Euter, glaube ich. Natürlich stimmt das. Es stimmt wirklich, Däumen. Oder? Okay. So halb zumindest. Nee, also... Der hat eine Milch gepackt. Nein, das ist cool. Nein, das ist random. Das ist random, einfach ob es geht oder nicht. Nein, ist es nicht. Du musst einfach den Euter treffen. Andi, you have to look at this video. Ich habe gerade dreimal Milch aus dem Kopf geholt. Sicher, dass es wirklich war? Close enough. Weil ihr hattet ja einfach nur in den Eimer gegöbelt. Close enough am Euter, würde ich mal behaupten. Der Kopf war ja mal an einem anderen Euter. Und deswegen war es noch im Mund drin. Und dann hat sie es gerade ausgespuckt, nachdem sie es zwei Jahre im Mund gehabt hat. So war es. Okay, okay, gehen an. Okay. Ich dachte gerade, was war das denn? Ich auch. Das war irgendwer, der Gas gegeben hat. Das kannte ich vorher nur irgendwie so aus dem Internet oder von 9Gigs so Crystal not even once. Hier gibt es auch so coole Crystal Mess Werbung im Kino. Also Anti-Werbung. Echt? Gegen Crystal direkt? Also wirklich? Gegen Crystal Maze? Ja, die bezeichnen das als Eis. Aber Eis ist doch Crystal, oder? Ja. Ich kenne mich da jetzt nicht. Und dann halt der Eis wird zu Schauspielern, wo halt der ein ganzes Leben den Bach runtergeht. Meth not even once. Halt von der Gesundheitsministerium, was auch immer. Es war nur ein Ei an der Stelle. Dürftest du reiterisch eigentlich, gibt es Oblivion überhaupt in Australien zu kaufen? Also im Laden oder Skyrim? Oder ist das Ding zu brutal? Die sind doch da, die sind sehr streng, weil es nicht, dass es was schlecht wäre, wenn du behindert wärst. Aber bist du im Gebiet scheuer? Also erstens, ich kaufe alles aufs Team, was ich meine, rein theoretisch. Das ist doch so eine dumme Behinderte. Warum? Weil das so eine blöde Aussage ist. Ich war einfach eine Frage, eine berechtigte Frage. Das ist überhaupt keine berechtigte Frage, weil so die Spiele sind doch relativ harmlos. Ja, aber du weißt schon, dass die Australien ein bisschen zimperlich sind. Ja, die sind in Deutschland ab 16, Alter. Ja. Alter. Dann sind sie in Australien wahrscheinlich ab 18. Deine Mutter ist in Australien ab 18. Du weißt doch, warum. Weil Sex in Australien erst mit 18 erlaubt ist. Was weiß ich denn? Keine Ahnung. Ähm, darf man dann eigentlich mit 21 überall Auto fahren? Also, ich nenne jetzt mal alles, was relevant ist. Jetzt in Nordkorea wäre mir jetzt egal. 21, wo kann man denn bitte schön nicht mit 18 Auto fahren? Oder, ja gut, vielleicht müsste man eher sagen, Autos mieten, ne? Ich glaube, Kira bezieht sich auf Alkohol. Nö. Also in Amerika darfst du... Fikierendes Autofahren, ein Synonym für Alkohol. Okay. Okay, Andi, okay. Okay. Ähm, nee, aber jetzt in Amerika war doch irgendwie das mit dem Ausleiter immer ab 21 und so. Das hängt, das haben, glaube ich, die meisten Autovermietungsfinger. Also, das ist halt deren eigene Regel. Das kann, da gibt's ja sicherlich welche, wo du... Ja, mit Examen Weed. Also, ich glaube, bei Deutschland kriegst du halt bei so... Sixt und so, glaube ich, mit 18 kriegst du halt ein... So ein kleines... Genau, kriegst du schon ein A3. Naja, bis gut. Ey, glaube ich, kriegst du halt so ein... Ja, doch. Ja, so ein kleines... Kriegst du ein A3? Ja, ein A3, irgend sowas, keine Ahnung. Einen A3? Ja. Gut, du kriegst... Ja, genau, so Dinge wie eine A8 oder eine S-Klasse kriegst du halt erst mit ab 25 und so. Mit verantwortungsvollem fahren. War doch mal diese GTI-Kampagne. Erst ab 21. Achso, ja. Es gibt ja auch diese Sachen, wo du bei Jochen Schweizer, wo du irgendwie für, weiß ich nicht, massig viel Geld irgendwie Ferrari ausleihen kannst oder so. So teuer ist das gar nicht, aber... Ja, aber verhältnismäßig ist es teuer. Aber gut, dafür, dass... Das ist ein Hunderter. Nein, nein, deutlich mehr. Und das Beste ist einfach, kriegst du dann den Ferrari oder dieses Auto. Es sitzt da beinahe neben dir, ne? Das ist ja egal, aber dass der Witz an der Sache ist, du kriegst zwar eine Tankfüllung, aber die Tankfüllung reicht für ca. 75 Kilometer. Da musst du wieder nachtanken. Und das musst du selber machen? Ja. Und vor allem, fahr mit einem Ferrari 75 Kilometer. Das dauert nicht lange. Also ich muss sagen, ich bin Ferrari, früher als kleines Kind war das mein Lieblingsautomar. Ich bin Ferrari inzwischen so abstoßen. Hä, es kommt drauf an. Alter, deren Heckleuchten sind einfach perfekte... Mega geil. Hä, das sind einfach diese Punkte, diese Kreise. Mega geil. Junge, ich kipp dir gleich echt eine Schelle an, die sieht einfach kacke aus. Sieht mega geil aus. Einfach diese blöden, einfach so rote, einfach diese Punkte. Hä, das ist voll geil. Das ist überhaupt nicht geil. Zum Beispiel geil, weil in diesem super Sportwagenbereich zum Beispiel McLaren hat ziemlich geile Heckleuchten. Aber Ferrari ist einfach diese scheiß Kreise. Hä, ich mag das voll. Das ist schön modern. Das bin immer noch besser als du, der da hinten rumsteht. Ich sehe das ganz gut. Hä, das ist nicht voll modern. Ich finde das sehr gut. Ich mag das. Also ich, äh... Finde... Junge, Andi, schau dir dagegen zum Beispiel einen McLaren P1 an. Aber jetzt zum Beispiel findet ihr dieses neue, scharfkackige Audi-Sportdesign. Äh... Was soll das denn? Also der Drehhass und der R8 wird ja auch so, ne? Oder ist er nicht schon so? Weiß nicht, Andi, was sollte der kackt sein? Ein bisschen gestorben. Ja, weil du mich geschlagen hast. Du hast gefragt, wie viel Herzen du noch hattest. Ja, ich hab' nicht geguckt. Lass mal... Deine Sachen liegen hier, ich hab' nichts eingefallen. Somebody. Außer er hat da den Kuchen weggeschlagen, ohne dass er abgebaut wurde. Aber ich hab' ihm auch nicht umgebracht. Das Gute ist, ich bin unsichtbar, dann kann ich mich nicht sehen. Ey, du bist nicht unsichtbar. Ich hab' dich gerade gesehen. Es wäre übrigens schön, wenn ihr euch auch daran beteiligt, Wolle zu besuchen. Das meinst du, was ich tue? Weißt du nicht, rumdödeln. Hey, ich hab' jetzt schon wieder Radwolle geholt und geplatzt. Äh, geplatzt. Deine Stiel-Kameraden töten. Tut mir leid. Die hab' ich zu her gesehen. Das sind meine! Das sind meine! Geh weg! Ich war ja näher hier. Meine! Ich fröte sie, Pian, töte sie. Ja, es ist egal. Die scheinen ziemlich schnell zu verschwinden. Ähm. Du kannst sowieso auch mal schlachten, ne? Wir brauchen Leder. Echt? Wofür? Rüstung. Ich hab' Rüstungsbedarf. Ich mach' Rüstung auf Eisen. Von so einem... Ernst, Alter? Das ist richtig... Das ist ineffizient, ne? Das weißt du. Nein. Die hält einfach nur länger. Ja. Die bringt nicht mehr Rüstung. Ja, aber deswegen ist es doch besser. Da muss ich nicht alle zwei Sekunden neu die Leder machen. Das ist Eisenverschwendung. Anja, wo liegt jetzt mein Zeug rum? Es wird gerade Nacht. Ja, genau an der Stelle, wo du gestochen bist. Ja, was weiß ich denn, wo das war? Ach, du... Eumel, komm zum Haus. Oh, du seid Eumel. Nicht mal seit seinen Todespunkt hat er im Blick. Nicht mal ist das. Nicht mal ist das. Ich hab grad nur im Blick dich gefühlt. Ich sag's jetzt noch mal. Der Kuchen wird in der Kiste gelassen, bis wir entschieden haben, wo der hingeht. So, Andi, ich bin jetzt mal raus. Wo ist das denn jetzt? Ja, chill doch mal. Ist doch nicht alles voll mit Viechern. Hast du noch Zeit? So, komm mal mit. Du müsstest meinen Namen sehen. Ja. Und was war denn bisher so dein Highlight von der IAA? Ich finde den neuen C63. Sehr, sehr schick, muss ich sagen. Und es wurde auch von so einem Bremer Unternehmen so eine 5 Tonnen gepanzerte G-Klasse vorgestellt. Und der Brabus? War das nicht Brabus? Nein, Brabus macht keine gepanzerten Fahrzeuge. Brabus macht... Aber du meinst den G wieder so ein Eck. Warum werden gepanzerte Fahrzeuge auf der IAA vorgestellt? Äh... Warum nicht? Oder so? Ja, weil so... Also deren Markt ist halt hauptsächlich so Nahe Osten für irgendwelche Regierungsleute. Und es einfach... Ich war mal auf deren Website und die Kategorien haben so verschiedene Kategorien von Rüstung, also wie stark das ist und in der heftigsten Zeit dann so... Ja, als Beispielwaffe so eine M60 aufgeführt. Nicht Panzerfaust oder so? Nee, und dann... Also die da mit drin hängt oder dass das Ding das aushält? Dass das aushält. Das Ding das aushält. M60 Beschuss? Okay, das ist Schluss. Mit drin. Eine Mercedes G-Klasse, wo du eine Scheibe runterkurbelst und dann eine M60... Hey nein, oben dieses Tuch... Hä? Oben das Dach? Du weißt, was ich meine. Ja. Weil... Das ist crazy. Surprise, Motherfucker. So. Äh... Wolle... Wolle mitnehmen. Das war das einzig gute an AMA Private Military Company DLC, diese coolen Jeeps. Äh... Achso, AMA 2... Ja. Und eine spielbare Kampagne. Ja gut. Was ist hier mit der einen Seite? Da fehlt noch Muster, oder? Also ich kann ja oberste Linie kann ich schon mal durchziehen. Es fehlt überall noch was. Ja, aber die eine Seite ist jetzt mustertechnisch fertig, oder was? Ja. Dann kann ich da aufhören. Und äh... Passend von Mansuri wurde passend zu meinem Portemonnaie mit meiner Sonnenbrille so ein neuer Komplett... Komplett Carbon Lamborghini vorgestellt. Oh Gott. Oh Gott. Natürlich erstmal direkt vorgestellt. Wird sich auch eine Badewelle aus Carbon... Moment der Lamborghini? Als Modell, oder was hast du vorgestellt? Ne, schon als echtes. YouTube Money. YouTube Money. Hey, wie das? Ähm... Leicht. Protzig irgendwie. Leicht und schriftig. Die sind ja nicht aus Carbon, das ist ja Carbon-Lack quasi glaube ich. Und halt alle wirklichen Teile aus Carbon. Ja, also leicht. Sag dich doch. Du kannst ja kein Komplettes außer aus Carbon bauen. Ja, trotzdem ist es leichter, wenn die Karosserie aus Carbon anstatt aus Aluminium ist. Ja, das ist ja zum Beispiel bei den BMW i3 und dem i8. Das ist ja komplett, weil es ist ziemlich enorm viel Carbon. Da hat BMW auch extra für so einen Hersteller einfach mal gekauft. Auch schon cool. Der ist ja abgeklappt, ne? Der BMW Putzig. Abgeklappt? Der ist ja so nicht ohnmächtig. Der ist Kreislauf-Kollaps während so einer Bühnenshow, ja. Neusch, neusch. Ich glaube eigentlich, das war so die Eröffnungskonferenz von BMW, ne? Ja. Was ich verstanden hatte. Neusch. Aber was sie da auffahren, ist ja auch total krass. Ich hab mir dann zum Spaß mal die Volkswagen-Gruppe so durchgeskippt, ne? Dann ist halt immer krasse Lichtshow, wo halt perfekt eingeplant ist, wo das Auto dann langfahren sollte. Dann verschieben sich so passend die Linien und so Effekte halt, ne? Und siehst halt immer, wenn das Auto nicht gerade perfekt in der Line drin war. Ja, aber schon krass, was sie da so auffahren. Ja, schon krass. Ich hab schwarze Wolle. Und dann, äh, die, am Ende, du hast genau gesehen, die, äh, die Serienautos durften natürlich alle auch reingegangen werden und dann um diesen fetten Bugatti erstmal so eine, so eine, äh, äh, so eine Absperrlinie drumrum gebaut. Ja, klar. Ja, das war aber außerdem auch nur so ein Konzept. Ja, ja, klar. Gibt's wahrscheinlich nur einmal oder so. Ich will den kaufen. Ich fand, ich weiß nicht, irgendwie ist das so, so krass im Vergleich zu dem, was sie bisher so designtechnisch haben. Du meinst, das sieht auf einmal gut aus. Die Konzepte müssten krass sein. Ich kenn den nicht, hab den noch nie gesehen. Ich find das zu, äh... diese selbstfahrende Konzeptauto von Mercedes, das würden die so doch niemals... Das muss halt irgendwie so... Anders aus sein, ne? Das gehört halt dazu, dass Konzeptautos anders aussehen. Wobei, wenn man mal guckt, ist dieser, 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 dieser Q... Wobei, ich find das drin bei Q5. Alter, der ist richtig geil, der hat grad die Konzept. Dieser, äh, dieser, ich weiß... Dieses E-Konzept, ne, ist das, glaub ich. Ja. Alter, sieht der geil aus. Das sieht, das sieht aus wie so, weiß ich nicht, das sieht aus wie so eine Mischung aus so Huge Future und so, so, so Oldtimer. Ich liebe es. Alter, schick mal Link. Ey, der ist richtig geil. Also, ich hab den schon mal gesehen, aber ich will den jetzt nochmal sehen. Richtig geil. Aber, ähm, wie gesagt, dieser Audi, der wird ja so, glaub ich, hergestellt 2017 oder so. Hatte ich so verstanden. Ich bin jetzt nicht so der Audi. Ja, also, der, 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 was auch sehr kantig aussieht, ne? Ja, ja, genau. Aber so sieht auch der neue TT und ich glaube auch der A8 auch so werden. Und, äh, ich find auch dieses E, dieses E-Konzept-Auto von Porsche auch sehr geil. Dann guck's, guck's dir an, guck's dir an. Dieses Auto sieht aber so unglaublich gut aus. Also, da bin ich einfach gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, ähm, mit E-Autos. In Sachen. Also, ich find auch zum Beispiel den neuen Passat, äh, wie heißt das? GTE, das ist dann halt so ein Hybrid wieder. Äh, find ich aber auch interessant. Ich meine, vor allem, wenn du jemand bist, der eigentlich unter der Woche, ähm, immer, immer zur Arbeit fährt. Immer nur zur Arbeit fährt. Da reicht ja dann fast schon der, der, der Strom. Eigentlich. Äh, also, zum Beispiel, wenn ich gucke, was mein Vater fährt, da würde das locker reichen. Dann, der, der würde da immer mit hin und zurück kommen. Ja, also. Und bei einem Hybrid hast du ja auch noch das Backup, ne? Du musst nicht dann am, 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 am. Ja, vor allem ist es ja eigentlich auch gar nicht so, dass, gar nicht so, dass Hybrid-Autos jetzt irgendwie lahmarschig sind oder so. Überhaupt? Also erstmal Beschleunigung ist ja der Hammer bei... Zum Beispiel, äh, der Porsche 900... Ach, wie ist der? 918? 918 Spyder. Der ist ja auch Hybrid, also der ist ja 900.000 Euro Porsche. Und es ist halt einfach so, ich meine, der S2 hat es jetzt zwar, ähm, jetzt auf einer geraden Strecke, äh, ist der natürlich jetzt nicht so wie jetzt ein Königseck oder so. Aber durch diese Hybrid-Geschichte, ich weiß nicht mehr ganz genau, woran das liegt, aber das irgendwie... Das ist nicht einfach ein... Diese Elektromotoren... Viel, viel direkt an der Beschleunigung. Auf so einer, äh, Rennstrecke geht er einfach viel mehr ab. Der Elektromotor beschleunigt halt einfach schneller. Ne, und auch irgendwie, weil die Räder separat... Ich weiß nicht mehr genau. Aber wie find's jetzt den Bugatti? Ich find ihn geil, aber das ist so ein... Äh, sieht aber voll geil aus. Eine Ahnung. Ich liebe diesen Kühler-Grill. Selbst wenn ich mir ja der wäre, würde ich mir das Ding... Doch, doch, doch. Das Ding strahlt einfach Klasse und Bosshaftigkeit aus. Bosshaftigkeit. Bosshaftigkeit, ja. Klasse auch. So. Ja, er ist... Also er gefällt mir deutlich besser als... Ja. Der, zum Beispiel der... Der Weyron ist richtig hässlich. Der ist auch... Der ist auch uralt. Wir beenden jetzt erstmal die Folge. Bis dann bleibt uns noch zu sagen. Gönnt ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum... Nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.